Jetzt spawnen! Jetzt spawnen doch! Oh! Mann! Ich hab ja lieber ein Brecheisen, weißt du? Und ich spawne nicht! Jetzt erst! Es werden weniger, es werden, glaub ich, weniger! Ich weiß nicht, ob wir eine andere Taktik auf einmal benutzen, irgendwie! Ich bin aber gleich kaputt! Die Taktik hat sehr gut geklappt von uns! Schliesslich die Granate ausgang! Sehr guter Treffer! Ja, es werden weniger, es werden definitiv weniger zombies! Open fire! Open fire! Ich wüsste gerne mal, was mit dem Lift ist! Der braucht Stunden! Oh, ich hab keine Batterie mehr! Bin tot! Pass auf Alex auf! Stirb jetzt auf keinen Fall! Nein! 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 Ich hänge, ich hänge fest! Ich konnte mich da nicht mehr wegbewegen! Zeig jetzt! Hey, I hear the elevator, it's moving again! Sterb nicht! 3.000 in meiner Nähe! Ich kann wieder nach vorne, nach hinten, nach von den Seiten weg! Heiße! Leute, schaltet die Parts ab, weil wir seht zur Zeit erstmal nur das Gleiche! Ich weiß nicht, wann ich euch erwähne, dass sich hier was ändert! Oder ich mach hier so ein Faschisten, schnell durch, läuft durch, ich weiß es nicht! Das ist doch viel zu langweilig! Das ist doch langweilig, ey! Das nennt sich... So, ich übernehme die... Ich nehme wieder die Linken spawns hier! Da, aber hier! Sterb nicht! Sterb nicht! Sterb nicht! Leichter gesagt, als ein Zahnalter! Na ja, also jetzt gerade am Anfang noch recht wenig! Das teilt die Leute mit den Granaten nicht ranlassen! Nein! Nein! Wie sitzt? Aua! Aua! Ich bin gleich tot! Und zwar jetzt! Zupi! Und äh... Wirdschaffte mich gerade in einer Ecke, das ist nicht viel! Okay! Okay! Ah! Was war's? Ist... Hab ich da schon gesagt, dass ich langsam echt keinen Herrfahner drauf habe? Weil es einfach unlösbar ist?! Lulululu, ich verzieh mich auf die andere Seite und versuche abzuwehren, was geht. AuTzer! Ja, spreng dich. Alex, willst du mich eigentlich gerade... Ja, genau, renn doch vor mir weg, Alex, genau. Die geht immer von dir weg, wenn du zu einer ran gehst, dann geht sie dir aus dem Weg. Na, komm. Los, spreng dich. Die Zombenbein kannst du auch versuchen, nicht zu erschießen, sondern nur die Gran... ...nur mal wieder hin und weg, dass die Granaten triggern. Na, komm, pack die Granate aus. Klappt gerade ausnahmsweise mal echt gut. Bei einem Kopfschuss müssen diese blöden Headcrips eigentlich auch verrecken. Na, bitte schleudern es. Okay, ich hab keine Lampe mehr, das ist nicht so gut. Boom. Ja, mit den Zombens zu arbeiten, funktioniert sehr gut. So, jetzt sprengt er sich nämlich. Ich hab ein riesiges... Ich hab auch gleich kein Leben, ne? Boah, Alex, da pisst dich! Ich bin weg, bin weg. Ich hab mich jetzt erwischt. Das doch schneller! Mann! Ja, schön! Sehr gut, ich geh wieder auf die andere Seite. Ja, ja, toll, ganz fair heute. Ich überlasse dich mal den ganzen Zombies. Aua, ja, toll, tot. Deswegen müssen wir jetzt schon wieder... Ich kam nicht vorbei, weil... Fuck, fuck, fuck! Ich hänge hier fest! Ich hänge schon wieder fest! Ich hänge gleich am Arsch! Sooo... Aaaaaaah! Äh, was spawnen die denn? Ich kann mal wissen, wo die spawnen. Ich glaube, die hier spawnen, Alter. Und der Gaskern ist da von hier drüben. Ja. Spawnt erstaunlich wenig, muss ich gestehen. Ah! Ich mach alles zurück. Jetzt sind wir mal alle an. Wenn die mal nicht direkt hinter mir spawnen würden, finde ich das mal eine ganz tolle Sache. Ah, ein Zombies. Ja, spreng den... Ja, klar, hast du eine Reichweite. Oh, Alter. Guckt mir hier einfach an, der Schiss, ne? Ach, kaum die treffen viel zu krass zu können, die Zander. Äh... Ich dropp dir hier mal ein paar Medikids rüber, wenn ich kann. Ne, kann ich nicht. Gut, dass Alex hier drüber schießt. Bip, 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 bamm. Da, ich schmeiße dir mal ein Medikid drüber. Guck dir mal ein Medikid drüber geschmissen. Äh, jetzt muss ich mal wieder... Ich bin tot! Das ist, äh, scheiße jetzt. Ich komme jetzt ganz sicherlich nicht zu Alex, ich bin bescheuert. Zumal ich ja gar nicht hinkomme. Bebe! Sehr gut. Boah, Alex ist so praktisch, ne? Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Ja, das sind die ganzen gesammelten Zombies. Rüber, 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 rüber. Oh, das war eine Farce, glaube ich. Ich habe mich jetzt gerade erwischt. Hauptsache Alex wird nicht so sehr bedrängt. Hinter dir sprengt sich einer, Vorsicht. Oh, der hat gut abgeräumt, der hat gut abgeräumt. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, der ist an einer in deiner Nähe. Junge. Das habe ich gemerkt, ich habe mich nicht mehr ziehen. Vorsicht, fass zum hinter dir, weg, 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 weg. So gut. Er spawnt. Bin tot! Das ist eine gute Idee, zwischen euch drauf zu achten. Hinter dir ist einiges los, ne? Oh. Oh, lol. Ich habe einen Fass-Zombie getötet mit dem Fass. Der stand direkt vor mir. Damit habe ich mich dann selber gesprengt. Geil. Movement. Skills. So. Selbe Taktik wie immer. Das funktioniert sehr gut, wenn wir auf verschiedenen Seiten stehen. Dann fängt man die Zombies gut ab damit. Weil dann kommt die Hälfte nämlich die ganze Zeit zu mir gerast. Und dann hast du deine Ruhe da drüben. Arbeite mal ein bisschen mit Gaskanistern hier drüben. Ich bin ja auch Gaskanistern, ja. Von Suizid haben wir nicht geredet. Ich nehme den Kasten und der Kasten explodiert. Ja, wenn die Zombies draufschlagen oder so, kriegst du das durchaus mal. Los, 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 geh rüber. Ich sehe nichts. Schaden von irgendwem. Ja, weil direkt von dem Zombies standest die ganze Zeit. Junge, ich finde das ätzend. Oh, ey, das ist schnüch. Der sprengt sich. Wie du einfach mal dieses Wololo-Geräusch machst. Das ist doch auch nicht mehr. Die Zombies doch auch... Das sind zombifizierte... Ein Tod. Das sind zombifizierte Taliban. Die haben auch keine Jihad-Bomben bei sich. Die machen aber Jihad mit ihren Bomben. AHHHHH! Ehrlich, irgendwas hat mir angezündet, wer auch immer das oder was auch immer das weiß, was da geht. Oh Gott, oh Gott, das sind viele. Einige Scheiße. Komm an. Ich hab was gesprengt, sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Ich geh wieder auf meine Seite. Heilige Scheiße sind das viele. Alex, bewegt dich hier rüber. Ah? Bewegt dich hier rüber, Alex! Bewegt dich hier rüber! Boah, hier war das knapp, ey, ordentlich was gesprengt, ne? Sieht nicht gut aus. 19. Aber 19 sind wir auch ganz gut soweit. Alex bewegt sich immer mehr in deine Richtung, ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ich bin tot. Ich hasse Zombies. Aber es wird doch, es wird doch. Ich bin gespawnt, jetzt geht's aber auch zackig gerade. Alex, kommst du bitte mit hier hinten hin? Achtung, Granate. Ah, ich hab was angefackelt. Da ist gut, das gefällt mir. Ähm. Mia Prus. Oh Leute, was glaubt ihr denn, wie schnell ich nachladen kann? Oh, Alex ist mir so eine Hilfe, weil die immer zu mir rüber schießt Ich passe hier auf den Gang ein bisschen auf Es werden weniger, merkst du es? Ich weiß es nicht, ich weiß noch, dass ich acht Leben habe Ich werde mal gucken, ob ich dich heilen kann Ja, wobei ich habe gerade Ruhe soweit Man heilt hier mal ein bisschen auf, das weiß ich ja Ich liebe das Ich weiß doch nicht, wie viel man insgesamt auffällt Ja, du heilst dich dann bis 20 Ich habe, ich kann hier 47 Leben per Medicaid leben Bleib erst mal da hinten Ich weiß nicht, wie viel da noch kommen wird Fünf Leben Guck mal hier, guck zum Zaun, guck zum Zaun Da kommt ein Medicaid, da hinten in die Ecke Ist eins geflogen Hast du es? Ne, weil ich nicht mal gesehen habe, wo es genau gelandet ist Sie sind da hinten in der Ecke gelandet Oh, Jürgen, ich bin der Tod, der Tod Ja, bin tot Viel zu viele Fastzongys, die halten viel zu viele Schüsse Ich habe ein riesiges Problem Geht's dir gut? Ja, mir geht wunderbar 60 Rüstung, alles wunderbar Ich habe nur 24 Leben Ja, du spawnst zum Glück mit recht viel Ja, natürlich Ja, natürlich Wie viel Wo ist Alex? Beziehungsweise, wo bin ich hier? Ich ziehe gerade wieder Alex steht weiter hinten Ich habe sie gerade nicht gesehen Deswegen bekam ich den Schock Ich habe gerade richtig viel Ruhe Ich habe gerade so richtig Ruhe Ja, ich habe auch nicht mehr viel Als wären, würden sie alle nur noch zu dir gehen oder so Ne, sag doch, es werden deutlich weniger jetzt Jetzt so langsam kommen die auch nur noch vereinzelt Und ich habe 24, 23 Frames Warum auch immer Ja, wir haben es Ich würde jetzt fast sagen Ey, meine Frames werden immer weniger Ah, jetzt gehen sie mich wieder hoch Alter, wie viele Zombies hier einfach gerade durchs Feuer rennen und brennen Das finde ich gut Ja, und ich habe gerade kaum Frames Und ich weiß nicht, woran das liegt Süß, wir haben es fast geschafft Dürfte ich mal Blitze wieder mehr Frames bekommen? Spiel Wo bist du? Komm ganz schnell her Komm her zu mir Warte, stell dich vor mich, bitte Du hast doch kaum Leben Ja, ich habe mir die Kids gegeben Komm mal her Ich kann den neuen auch Shit Ich bleib lieber mal hier hinten bei meinem Ex Der ist meine Frames Ich glaube der Aufzug Der Aufzug bewegt sich auch gar nicht Dann ist das eine Endlos-Scheiße oder was? Ich habe das dumpfe Gefühl, ja Super Das ist ganz easy geregelt Es kommen auch keine Zombies mehr, weißt du, so langsam Oh, ich habe auch wieder mehr Frames Oh, ich habe auch wieder mehr Frames Meine Frames sind wiedergekommen Oder warum nicht Und ich habe gleich ein Problem, ich glaube ich werde mich gleich mal kurz umbringen lassen Scheiße, genau dann wenn ich gerade keine Muni mehr habe oder was? Kommt ja jetzt nicht besonderlich viel Wenn du gespawnt bist, sagst du mir Bescheid, ja? Ich bin gespawnt, du brauchst aber auch nicht mehr viel Jetzt kommen ja wirklich nur noch einzelne Zombies Ja, aber ich muss das gerade extra machen Ich bin übrigens jetzt tot Deswegen halte ich mal kurz am Leben Weil ich brauchte, ich habe das jetzt extra gemacht Damit ich direkt wieder Muni habe Übrigens habe ich da aber was gerade gehört Dass du in der Nähe des Aufzugs warst Ja, ja, aber da So, ich bin wieder da, jetzt habe ich auch wieder Muni Weil das war mein Ziel, was ich gemacht habe Das hatte, weißt du Die spawnen aber immer noch So viel hintereinander Entweder müssen wir die jetzt alle töten Oder der Aufzug kommt einfach nur Das ist dann beim Aufzug raus Man erkennt aber auch nichts, ne? Ach, jetzt reicht es mir persönlich Ich habe nichts gesehen Hier sind überall Zombies und Endlines Die man sich angucken kann Wie sieht das denn mit dem Aufzug jetzt aus? Ist kein Aufzug Und jetzt? Das heißt, dass Nicht das Synergy des Levels Das Sturz hat irgendwie? Ich weiß nicht Nicht gerade um Halt doch noch mehr aus Du blöder Zombie Oh mann Wo ist Alex? Da Aber Kann das sein, dass wir gerade ein bisschen Glück haben In dem Bereich Ne, wobei Ich sag's nicht zu laut Nachher tauchen sie doch noch auf Ich hoffe, du wirst dich langsam mal wieder hierhin Ich glaube, ich muss so machen Moment Der Heck Hier kommt doch noch irgendwas da Ich meine, ich hätte hier jetzt irgendwie die Sequenz triggern können Eigentlich Nein, du bist doch nicht jetzt ernsthaft gerade gestorben Warte Dann spawn noch mal wieder Warum läufst du da oben in der Luft rum? Ähm Ich habe keine Muni mehr, ne? Wenn der scheiß Aufzug mal kommen würde Hier kommt man nicht durch Mir kommt so langsam vor, als wäre da irgendwas kaputt Das ist, glaube ich, auch verbuggt Normalerweise wird sie, glaube ich, auch die Ending Sequenz triggern Ähm Welches Level sind wir gerade? Äh, ich weiß nicht, wenn ich mich töte, soll ich mich kurz töten, damit ich das nachgucken kann? Ja, mach am besten Und zack Also, äh, ich hoffe, Alex stirbt jetzt nicht EP1C1700A Episode 1C1700A Das ist die Map, die wir jetzt hier gerade haben Ja, das ist die Map, die wir jetzt hier gerade haben Ich muss der Abstimmung zustimmen Ich hoffe, die Leute verstehen das jetzt nicht falsch, dass wir das machen Aber ihr habt doch selbst gesehen, dass da irgendwie nichts passiert ist Ja, das war die Stelle, die ich damals meinte Habe sie nicht gehört gekriegt Die scheint mir ein bisschen verbuggt zu sein oder so, weil Anders würde ich das jetzt nicht verstehen Jetzt sind wir nämlich hier oben gelandet, wo ich auch gerade schon war Ich hoffe, Italien